Er ist so etwas wie das Stehaufmännchen der Bayern. Die letzten drei Jahre verbrachte Holger Badstuber mehr Zeit in Reha-Zentren als kaum ein anderer. Seit letztem Samstag steht er wieder auf dem Platz. Bei Sport1 spricht der Comeback-König exklusiv über seine lange Leidenszeit. Klar haben die Leute auch meine Geschichte vielleicht verfolgt, vielleicht irgendwie am Rande mitbekommen. Das war für mich eigentlich das Bewegendste, dass sich Leute da informieren und vielleicht auch, wenn man sich mal zu Gesicht bekommt, auch ihre Meinung dazu sagen bzw. mir einfach ein positives Gefühl geben wollen. Die Strapazen haben sich gelohnt, jetzt stehe ich wieder da und ich kann wieder mit der Mannschaft agieren und der Mannschaft helfen. Das ganze Interview sehen Sie am Mittwochabend bei den Kollegen von Bundesliga aktuell ab 18.30 Uhr.